Heute geht es um ein Tekken-Beef, dabei ist Kevin, Jan, Marci, Master und ich und Jan. Wir spielen jeder gegen jeden, Charakterauswahl ist random und ja, Best of 3 spielen wir, wenn wir jeder gegen jeden spielen die beiden mit den meisten sieben Xenern in das große Finale ein, dort spielen wir dann 8 gegen 8, das werden wir dann allerdings auch nochmal alles auf dem Bildschirm sehen. Ja, wir starten gleich mit der ersten Duell, mit der ersten Duell zwischen Marci und Jan. Ja, es geht los, viel Spaß! Mit dem Film heißt er, ich will den Film haben. Mit dem Film ist er noch mal ein Typ. Ich bin dem Panda mit ihm. Danke. Ey, der Что, der noch mal ein Typ. Ey, der ist jetzt mal ein Typ. Der Film, Raum, weil Michael auf dem PC schon mal eine Tabelle raus ist. War das schon? Tabelle ist schon, ja. Außer. So, ja, das erste Match startet, Panda gegen... Ja... ...Horam... ...Horam... Ich bin direkt der Lock mit dieser engen Westen, aber... ...ich muss jetzt noch ein paar... ...Horam... Das sieht krass aus... So ging die denn? Ja, was denn jetzt passiert? Die Panda sind geil! Der ist scheiße! Was ist denn Panda? Was ist denn Panda? Panda, was ist denn... name Plan Cup... Dass... Das finde ich schmal. Die kurzen Beine, die ich hier sehe. Ich kann doch nicht. Ich bin zu groß und geile. Ich kann doch nicht. Wer ist denn auch Panda? Ich bin Panda. 1 zu 1. Kann man vielleicht wie gut sie Panda werden? Das muss man immer gleich zeigen. Für jeden Treffer würde ich danke. Das ist total. Ich finde das nicht schlecht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Was ist das? War das nicht gut? Nein, aber gut. Boah! Trotzdem, Panda sieht aus, ob man nicht wieder zurück braucht. Sieg auf die Huren zu. So, erst ohne jedermassen? Ja. Ja. Gerne. Ja, dann würde ich vielleicht vorbein kommen. Ja, dann würde ich vielleicht vorbein kommen. Ja, gerne.